Vielen Dank. Seit gut neun Jahren werden in Berlin Bachelor- und Masterstudiengänge in der Lehrerausbildung erprobt. Die rechtliche Grundlage dafür endete eigentlich im September 2012. Bis dahin sollte die Erprobung der Studiengänge abgeschlossen und die Lehrerbildung in Berlin entsprechend den aktuellen Herausforderungen an dem Beruf verändert sein. Das war der Koalition ja zunächst entgangen, sodass wir im vorigen Jahr nicht etwa ein neues Gesetz vorgelegt bekamen, sondern im Eiltempo eine Verlängerung der Gültigkeit des Alten bis 2014 beschließen mussten. Bis heute ist dabei immer noch nicht rechtssicher geklärt, ob nach den Quedlinburger Beschlüssen der Kultusministerkonferenz die Anerkennung der Abschlüsse für die Studentinnen und Studenten gesichert ist und welche Übergangslösungen es geben soll. Der uns nun endlich vorliegende Entwurf für ein neues Lehrerbildungsgesetz ist insgesamt ein guter und in Teilen ein mutiger. Auch wenn wir das Gesetz in Gänze nicht beurteilen können, da sämtliche Verordnungen fehlen, die ja auch entscheidende kritische Fragen regeln sollen, wie z.B. die Vereinbarkeit von Grundschullehramtsstudium mit einem soliden Studiengang für Musik und Kunst an der UdK. Vieles werden wir in der inhaltlichen Debatte in den Ausschüssen unterstützen, wie die Einführung von Sonderpädagogik als zweites Studienfach, eine Grundausbildung zur Inklusion oder die überfällige Einführung eines Praxissemesters, wobei hier noch über den Zeitpunkt im Studiengang diskutiert werden muss. Aber eins muss ich inhaltlich hier noch ansprechen. Da hat es Berlin in den vergangenen Jahren geschafft, dass alle Oberschulen den Weg zum Abitur eröffnen. Da arbeitet die Baumartkommission von Bildungsexpertinnen und Experten, beauftragt durch Senatorin Scheres, kluge Empfehlungen für ein dringend notwendiges neues Lehrerbildungsgesetz und traut sich, den alten Zopf höherwertigerer Gymnasiallehrerinnen bzw. Lehrer abschneiden zu wollen. Und dann macht die CDU nicht mit, weil sie offensichtlich weiter im Bildungsmieforiger Jahrhunderte verharren will und will getrennte Studiengänge für Lehrkräfte an Sekundarschulen und an Gymnasien. Und die SPD-Fraktion fällt um und ihrer Senatorin in den Rücken und macht hier einen fragwürdigen Vorschlag mit einer merkwürdigen Trennung im Masterstudiengang, allerdings wieder endend in einem gleichlautenden Abschluss. Über all das wird zu reden sein. Dafür will sich ja die Koalition viel Zeit lassen und das ist ein absoluter Skandal. Lassen Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Obergs? Nein, selbstverständlich. Frau Kittler, ich wollte Sie fragen, ob Sie wissen, dass der vorliegende Gesetzentwurf durch den Senat und nicht etwa die SPD-Fraktion beschlossen wurde? Weil Sie haben ja hier eben gesagt, der SPD-Fraktion sei der Senatorin in den Rücken gefallen. Die Beratungen beginnen doch heute erst. Wie kommen Sie denn dann zu dieser merkwürdigen Aussage? Ich dachte eigentlich, Herr Oberg, dass Sie mit Ihrer Senatorin durchaus im Disput stehen. Ist das nicht so? Ja, na dann wird mir einiges klar. Auch das. Im Bildungsausschuss, und damit komme ich noch mal zu dem Bordskandal zurück, soll gegen den Antrag der Linksfraktion in der Sprecherinnenrunde erst im Dezember eine Art Anhörung stattfinden. Es wäre ja noch Zeit bis Mitte März mit der Beschlussfassung, wurde mir geantwortet. Und auf die Frage, wer das sagen würde und ob das die Universitäten auch so sehen und warum die die SPD und die CDU denn die Beschlussfassung verzögern wollen, wurde mir von Ihnen, oh Frau Harrand gar nicht da, aber von Frau Bentele unter anderem auch geantwortet, weil sie noch Beratungsbedarf haben. Also das ist ja wohl der Gipfel. Was will die CDU denn noch geändert haben? Diese Gesetzesvorlage kommt doch jetzt schon zu spät. Die Universitäten und Hochschulen können es gar nicht schaffen, die Studiengänge bis März zu erarbeiten, wenn die Studienorientierung in den Abiturklassen spätestens beginnen muss. Der Kollege hat noch eine Zwischenfrage. Nein? Kurzinterview. Ja, er muss Ihr Geschäftsführer anmelden. Am 1. Juni 2014 beginnen die Bewerbungsfristen sowohl für den Bachelor- als auch für den Masterstudiengang. Wie sollen die Universitäten die Studienordnung fristgemäß fertig bekommen? Wann soll sich der jeweilige Universitätssenat ausreichend damit befassen? Wie soll die Akkreditierung der Studiengänge rechtzeitig fertig sein? Wie soll die völlige Neuausrichtung der Masterstudiengänge durch das Praxissemester geschafft werden? Gibt es überhaupt genügend Personal an den Universitäten dafür? Wie soll der Grundschullehramtsstudiengang, in dem jetzt 18,5 Studienpunkte für Mathematik erbracht werden müssen, zukünftig 60 Studienpunkte erbringen können, wenn gar nicht die notwendige Zeit für die Entwicklung des Studiengangs bleibt? Wie soll der Aufbau des Sonderpädagogikstudiengangs unter diesen Voraussetzungen gelingen? So wie es aussieht, wird der Quedlinburger KMK-Beschluss nicht nur um zwei, sondern um drei Jahre überschritten. Vor 2015 kann es eigentlich keine gut vorbereitete neue Lehrerbildung in Berlin geben. Deshalb fordere ich hier eine schnelle und gründliche Diskussion und eine Beschlussfassung noch in diesem Jahr.